Und das ist eigentlich auch wirklich kein Ding hier, das wirklich zu lernen, die Realität verstehen zu lernen. Nicht nur meine Realität und wer ich bin und was ich will, was ich suche in der Welt und mein Programm, meine Routine, wie wir alle dann auch automatisch sind. Wir gehen durch das Leben und wir alle suchen nach positiver Veränderung außerhalb von uns. Wenn Sie wirklich Ihr Leben verbessern möchten, sich selber verbessern möchten. Weil die Welt wird sich ja nicht verbessern, wenn wir uns nicht selber verbessern. Wenn wir uns nicht selber ändern. Das ist ja auch, Herr Gandhi hat das ja sehr richtig gesagt. We must become the change we wish to see in this world. Wir müssen die Veränderung werden, die wir in der Welt sehen möchten. Und das fängt an mit dem Mann und der Frau im Spiegel. Und wir alle sind ja diese Spiegel. Deshalb ein bisschen da klarer zu sehen oder einfach mal wirklich anfangen zu sehen und dadurch wirklich zu verstehen, die Realität der Welt, die Natur der Welt, die Natur der Realität besser zu verstehen, die Natur anderer Menschen besser zu verstehen und unsere eigene Natur dadurch oder indem wir uns selber besser verstehen, lernen, uns besser kennenlernen, lernen wir andere Menschen kennen. Indem wir andere Menschen kennenlernen, dann lernen wir uns besser verstehen. Das ist ja eigentlich wirklich kein Ding. Dein Ding ist dein Ding. Ich bin hier mit meinem eigenen Ding und ich präsentiere mich und möchte dich kennenlernen. Und ich möchte auch, dass du mich kennenlernst. Kein Ding. Und es kommt alles aus, wie die besten Dinge im Leben sind, sind keine Dinge, zum Beispiel Frieden. Und Freiheit davor, wirklich frei zu sein, ich zu sein. Ich bin frei, ich zu sein. Du bist frei, du zu sein. Und auch wiederum immer, wie gesagt, dein Glaube ist dein Ding. Versuch mich nicht zu ändern und ich versuche dich auch nicht zu ändern. Ich akzeptiere dich und nehme dich so, wie du bist und ich liebe dich so, wie du bist. Das ist eigentlich der Weg. Und das ist eigentlich sehr einfach. Und das ist wirklich kein Ding.